Wo ist er? Da ist er! Ich seh ihn! Dumm Sau! Dann hol dein Schwert! Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! Los, lauf ihn! Ja, ich kann ihn nicht erreichen! Lauf doch hier hin! Lauf um die Ecke! Der wohnt gleich ein Stein ab und schlag ihn! Ah, verdammter Mist! Hier ist Christoph! Schlag ihn! Oh, runter, 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 runter! Scheiße, ich bin gleich tot! Das ist denn... Kein egal. Nee, wir brauchen die Öfen. Das denn? Schmeiß mir mal so runter. Ja, sofort. Moment, ähm... Wir in Stack. Und noch was. Hast du Erde? Das hast du Erde da oben. Nein, nichts. Ich nehm vier Erde mit, dann müssen wir uns zur Not was anbauen können da oben. Ohne Wasser. Ich hab zwei Samen. Ich schweiß doch drauf, das wächst auch so. Dann baut euch ja zu. Ja, Tobi, beeil dich. Aber ganz schnell. Tobi, hoch! Gut, ich baue hier die Base aus. Ich baue hier mit. Ich baue auch noch Kohle für euch. Also noch sieben Kohle. Ja, da hinten hab ich auch noch ein bisschen was dran. Ich schmier's mal wieder Eisen weiter. Die Wände fallen. Die Wände fallen. Ein epischer Anblick. Okay, weißt du, F1. Wir müssen... Ich baue Wände. Ich baue Wände. Ich baue Wände. Ich baue Wände. Die einen fallen, die anderen werden errichtet. Scheiße ist am Arsch. Oh, also wie viele Tiere haben die hier drüben. Leck! Ich hab nur ein FPS. Wie viele Tiere haben die da drüben? Die Mauren sind weg. Ich hab die ganze Zeit nur neun FPS. Ey, ich muss da rüber. Guck dir das bitte mal an, dass die da für Tiere haben. Wir haben leider keinen stehenden Zugang. Die haben da auch Samen angepflanzt. Scheiße. Ich hab die ganze Zeit Frame-Einbrüche. Deswegen sag ich doch, Shader ist blöd bei PvP. What the fuck? Ist das irgendwie Generierungsfehler, dass wir so wenig hatten? Wir hatten nur drei oder vier. Ich will die Tiere. Wo sind die alle? Haben wir irgendwo Wasser? Ich guck mal, die sind alle unterelltig. Ich geh's runter. Ich geh's runter. Mach das. Oder das, wie viel Leben hast du? Komplett voll. Dann geh du runter. Ich hab noch ein halbes. Springen? Nein, hier runter bauen, wo wir uns hochgebaut haben. Wir brauchen die Tiere, das Ding. Okay, mach den. Bau dich mit. Nein, warte, ich mach schon. Ist das hier sicher? Ja, das ist sicher. Pass auf, immer runter gucken, ob es sicher ist. Ich guck mal, ob jemand kommt. Da kommt da hinten, sind welche? Mit verzauberten Dierschwerten, natürlich. Das ist doch Cheating. Scheiße. Das Ding, das Ding, du musst unseren Zaubertisch abholen. Ach, du, pass auf, die sind da hinten. Die holen gerade die Tiere. Oh, wo, wo, wo? Wo ich die Tiere gesagt hab, da sind die gerade alle. Ja, gut, dann geh ich zurück in die andere Richtung. Ich hab'n Zaubertisch hier. Ach so, sehr gut. Oh, es geht los, es geht los, es geht los. Die Kiste haben hier die Kiste eingebaut. Oh, verdammt, da ist jemand. Da ist, ähm... Dann komm hoch. Nein, ich versuche, ihn zu klatschen. Nein, komm hoch. Doch, ich versuche, ihn da runter zu... Ach, verdammt. Komm, einfach hoch. Ja, wie denn? In mich hochbaust. Ach, toll, jetzt ist er draußen. Das hatte ich gerade vor. Scheiße, hinten auf unserem Grundstück. Ist doch egal, wir sind hier oben. Aber die schießen, die schießen, die schießen. Oh, scheiße, Mann. Ich wäre fast untergefallen. Hinter die Mauern. Hinter die Mauern. Wo ist Tobi? Keine Ahnung, Tobi, wo bist du? Du bist draußen. Da steht Schang. Okay. Redstone, wo ist das Redstone? Ich brauch' nur Redstone. Das ist in der Kiste drin. Ich hab' TNT. Pass auf, dass die nicht hochkommen. Ja. Was soll ich das? Wie soll ich das überwachen können? Ja, indem du guckst, dass jemand hochkommt. Geh mal weg da, geh mal weg da, geh mal weg da. Ich setz mal eben hin. Oh Gott, ich will das nicht. Alter, ist dieser Block zu klein, oder was? Scheiße, ich hör' was. Was? Was? Scheiße! Hol' mal meine Sachen. Komm hoch und hol' meine Sachen. Ich bin oben. Was? Wo, wo ist der? Ich bin tot. Toll. Guck, unten sind die. Scheiße, wo? Ich geh' hinter die Mauern. Geh' ich, ich überwache. Ich guck' dich. Ich guck' es zu. Na toll. Jetzt bin ich hier alleine. Vielen Dank. Was soll ich denn da für? Ich hab' den gar nicht gesehen. Bleibt da unten. Die sind alle unter dir. Ich hol' mir eben den. Ja toll, und jetzt? Du bleibst da stehen. Ich hol' mir eben unsichtbarkeitstrank. Ja, das ist doch cheating. Ich hol' mir. Toll. Tobi. Tobi, geh' wieder rein. Ganz schnell, ich bin tot. Die schießen auf mich. Tobi, du musst herkommen. Ja, ich, ich, ich komme. Ich komme. Die Ohr, Kongo, bohr ab. Kongo, bohr ab. Wo? Unten, unter dir. Es war grad, tut mir leid. Oh, mein Gott, Mann. Alles war grad weg. Und Minecraft. Was soll ich machen? Warte, Tobi, komm' ganz schnell on. Ja, beim Minecraft will er mir grad nicht starten. Mann, du, du mal wechst. Scheiß. Oh, scheiß Minecraft. Der grad voll aggro. Wo ist er? Da ist er, ich seh' ihn. Dumm, Sau. Dann hol' dann Schwert. Wunder, schlag' ihn, schlag' ihn. Schlag' ihn. Los, lauf' ihn. Ja, ich kann ihn nicht erreichen. Lauf' doch hier hin, lauf' um die Ecke. Der wohgt gleich den Steiner und schlag' ihn. Ah, verdammter Mist. Hier ist Christoph, Flachin, runter, 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 runter. Scheiße, ich bin gleich tot. Tobi, komm' mal ein Mann. Ja. Die Sorge funktioniert bei mir nicht mehr. Mein komplettes Minecraft ist komplett verbackt. Oh, scheiße. Meine Aufnahme sieht's. Ich kann nichts dafür. Tobi, weißt du, nicht join' die sind grad alle oben in unserer Basis. Okay. Ja, ich hier raid' uns. Ah, hier ist's, aber klang' in unserer Kiste. Kann ich dir alles wegwerfen. Mein Minecraft klappt gar nicht mehr. Warum machst du auch ein Shader rein? Ja, es liegt nicht an Shader. Mein, äh, unser, äh, Router spinnt manchmal und grad ist er ausgegangen. Du musst das wieder laufen, wenn du hier auch internet hast. Der eben, jetzt läuft da ja, aber... Luca, kann ich auch irgendwie backtail'n? Verdammt, ich seh' unsere Basis. Sie jump'n da drin rum. Luca. Okay, okay, und... Gebt ihr den Unsichtbarkeitsschrank? Ähm, okay, ich komm' jetzt wieder rein. Nein, 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 das war uns direkt hinter Christoph. So, Leute, da bin ich wieder. Grad ist bei mir der rote ausgefallen. jetzt geht es weiter und nun kommt aus dem sind gerade gestorben er hat ja gesagt wird ein Mensch im Stich lassen zusammen hätte es verschaffen können ich kann nicht so viel mein roter soll denn sagt mir wenn ich schon wenn jetzt online kommst du bist direkt in der Kongo ich weiß nicht ob du wenn du schnell bist könntest du sieben nur zwei Luca bin ich jetzt unsichtbar ich sehe dich nicht ich muss es ist egal ich gehe jetzt einfach online ich bin hier irgendwo wir haben aber jetzt wenn jetzt online geht es bis zu tun die von unserer Basis weil die bauern sie glaube ich das runter und da war es nämlich nicht die sehen mich nicht komm jetzt online jetzt ist es jetzt es wird den händen von ihr vor die war Tobi Tobi mach was nichts bewegt sich überall steht bei mir im jahr in schlisch auch nur so rum ich kann mich gar nicht bewegen ihr super ab ja du bist ja auch afk hey jetzt bist du draußen ganz toll ganz ganz toll das liegt am minecraft und am ja wenn es nichts mehr läuft dann liegt es am shader lol Fehler beim Schreiben der Sicherheitskopie hört euch das an ja es liegt am shader hört euch das an ich höre mich gerade doppelt ich höre mich doppelt ich höre mich doppelt oh Tobi es liegt am shader ihat 1916 96 gerade seinen eigenen teamkollegen runter geschossen es liegt alles am shader Tobi weil der shader ja der rechner ist zu lahm dafür nein soll jetzt hier erstmal outer city schließen ach ich beurte mal in die anderen also ihr seht Tobi aber weil das ist das geile jetzt ist was wenn Tobi jetzt noch ihn schlägt ne dann haben wir gewonnen ja wenn er wieder reinkommt ansonsten sind wir das Verlierer Team muh ein geiles Schild muh ist aber eigentlich auch entschieden dass er rausgeht und dann so und für die Zeit unverwundbar ist und dann das ist unser das hat die Basis verlassen beinkrifft geht bei mir gar nicht mehr und jetzt bettelt er sich mit irgendeinem anderen der nur einen einen gut dann ist Tobi auch raus dann haben wir wohl verloren wer lebt noch lebt es wirklich nur noch Christoph ey wenn es wirklich nur Christoph lebt ne dann wird er mich so auf meinem Sir würde mich so auslachen ach zurecht unsicher wir müssen das unbedingt nochmal machen das müssen wir unbedingt vor allem wegen der Rache und Dustin und dann lernst du ein bisschen so Walt spielen ok ach wer wurde denn vor uns als erster getötet Luca ich hab doch schon öfters gespielt oder diese Map ne ja trotzdem bist du als erster gestorben ich weiß jetzt geht Christoph von uns rein und was macht er jetzt geht er wieder raus ich hab mein nötigstes getan möglichstes ey ist wirklich Christoph wir sind doch der einzige hier drin nicht im ernst oder ich kann mein Minecraft funktioniert gar nicht mehr ich kann gar nichts mehr machen das ist so ne scheiße ich kann gar nicht sagen deswegen spiele ohne Shader liegt nicht am Shader das ist alles am Shader ja auf einmal ne auf einmal alles am Shader so wie wir sind denn hier in der Lobby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sind auf dem Server minus 2 sind 7 1 2 3 4 ja wir sind zwei in der Höhle ja so System C richtig tief und wer lebt noch habe ich gerade eben schon gefragt muss man mit C machen auf mich hört ja keiner ich ich ok und Christopher der Kongo King ist doch gerade gestorben Kongo ist raus habe ich doch genau gesehen Kongo ist raus ich weiß woran es liegt ich weiß woran es liegt ich weiß woran ich habe ja alles auf meinem System C und auf meinem System C wo mein fest wo alles drauf ist sind gerade null bytes frei ach du scheiße ja bei mir läuft auch alles auf C also aufnahme läuft auf C und System die haben das bei one so gemacht System C sind 160 GB oh Gott hd sind 700 ich habe zwei Terabyte System Speicher wir haben das total blöd gemacht weil meine eine SSD ist im Arsch und deswegen will ich mir eine neue holen deswegen werde ich hier bei texturepacks jetzt mal das WaxPUBD Craft löschen bei den Screenshots würde ich auch gleich mal alles löschen ähm da wirst du das eigentlich an einem Stück oder in mehreren Parts wieder hochladen in mehreren Parts wird dann beschweren in meiner Leitung unser Weiß ist fast gewachsen ja ne ich habe ja noch eine schlechtere Leitung als du Luca und 15 Minuten Part lade ich in 10 Minuten hoch oh was kein Mist du siehst du siehst ja meine Qualität die so ein bisschen schlechter aber ja ich alter hier die ganze oh wie viele Sachen liegen hier das können deine sein das die ja und das sind wir automatisch auch deine ich lerne mein Video 15 Minuten brauche ich anderthalb Stunden eine Stunde kein scheiß ohne scheiß ohne scheiß so wer liegt denn jetzt noch äh ich meine cp wie hast du siehst ja meine Qualität wenn ihr es reicht kann ich dir mal zeigen wie das geht so ich habe jetzt hier wieder Speicher auf meiner Festplatte ne wir waren taktisch wir waren taktisch aber auch wahnsinnig schlug wir sind die einzigen die hier in so eine Base gebaut haben ja nächstes mal bauen wir sofort eine Base und einer geht runter ja weil ich meine es ist voll auffällig weil wir sind die einzigen die sich hier hoch gebaut haben ja die hat ja komm noch leben ne Tobi ist in game ja alle Texturen sind wieder da warte ich nehme es wieder auf wer ist denn das da bist du noch in game oder ist das du Luca was ne das ist das ist Chris doch ja das ist Chris alter Tobi ist noch in game da bist du gerade da oben gespawnt ja wie geil kannst du dich bewegen rette unsere Ehre ja warte aber du hast wahrscheinlich nicht mehr ne Moment ich guck mal rein ich guck mal rein wie geil die haben eine ganze Menge in der Kiste gelassen so gut ähm ich nehme jetzt wieder auf ja so Leute da bin ich wieder gratis die Aufnahme abgekackt und jetzt geht's weiter ähm ja ich bin hier glaube ich der einzigste hab ich recht ja gut du musst jetzt uns retten ja du du musst uns die Ehre unseres Teams retten wo ist das ganze Eisen äh haben wir alles geklaut unten liegen Sachen ich hab schon ein Schwert wo kann ich mir noch wo liegen dauer ist das Ghosting was ich gerade mache oder mach egal ich verzaube mal kurz mein Schwert mal gucken was ich bekomme ja ich schärfe eins zwei hatte ich nur da äh ich glaub ähm Dings wer heißt er Christoph hat das bemerkt er kommt auf die zu Christoph kommt hoch Christoph kommt hoch er kommt zur Basis er kommt zur Basis ja er darf die Basis noch vorher oben du hast TNT hast du irgendwo noch aber kein Redstone fackeln er kommt hoch er baut sich hoch in der Kiste ist noch Redstone in der Mitte in der Kiste nein nicht in der Mitte hinter dich er ist da er ist unter dir duck dich duck dich duck dich Achtung der ist genau neben dir ich sehe er muss ihn nur noch zu die Wand grabben da kommt er ne da kommt er nicht geh um die Ecke geh um die Ecke geh um die Ecke geh um die Ecke er kommt jemand er ist drüber er ist hinter dir mach ihn fertig und schau runter mit ihm oh mann er hat verzaubertes Tierschwert verzaubertes Tierschwert verzauberte Rüstung dagegen kann ich mit dem Löschen Eisenschwert nichts ausrichten du musst dich unsichtbar machen das den ich bin unsichtbar nein jetzt nicht mehr ich kann mich jemand offen dann kann ich auch die Ecke die Ecke die Ecke und hol den unsichtbarkeitsdrunk achso ja ja braun für ein kurzes comeback du brauchst nicht braun du brauchst so ja okay doch dann ja wo ist unsichtbarkeit nichts abbauen ach hier das auf kämpft gerade mit dem unsichtbar unsichtbar ist das hier eine Entscheidungsschlacht na ist das hier eine Entscheidungsschlacht ja 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 ich sehe naja hartenkampf 19 rc 96 gegen 19 rc 97 oh Gott du meinst 19 AI äh Moment achso ja stimmt BAM 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 und Christoph ist tot das heißt es ist der letzte oder nein es ist der letzte oder nee es ist jetzt noch einer wir leben noch ich weiß ja ich weiß ist das der letzte da hält das entsprechende Team ja gewonnen wer lebt was ist denn noch der Kongo King ok ich hole mal Kongo King ist tot ne er hat 19 rc 96 hä ja am spawn ja dann ist er ja schon tot wenn er am spawn ist ja ach ne ist die ganze Zeit schon tot Kongo King erzählt scheiße wer ist sonst noch am Leben ich guck grad guck hier noch war das unsere Höhle ne doch ja Tobi Tobi ist tot se wer wer lebt wer wirklich noch weil wenn kommen wir nach Kongo oh der Kongo King schon wieder oh Kongo oh scheiße der 19 rc 97 hätte fast was von meinem Unziehbarkeitsdrank abgekommen Guck mal gekickt gut also hat Andi gewonnen ne i say Andi ist ich wollte echt Feuerwerk machen aber ich hab keins ja ey und welches Team ist das? erstmal zündet er eine Kuh an welches Team ist das? keine Ahnung so warte Feuerwerke 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 ach gibt's ja hier gar nicht kannst äh ne du hast keine Rechte ne Andi ist in Team 4 also hat Team 4 gewonnen gut alle in ein Lobby ich kann das nicht wechseln das ist das Problem bei dem nix sagen ganz unbemerkt tödliche Andi hust hust ich geh grad in Teamspeak rein hust hust äh und geh mal in die Lobby Lobby Channel editieren vor heute nur 0 und sind alle in Lobby User was moved out of your channel Channel switched User was moved to your channel 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 Top power 0 so ihr habt's gut gemacht Channel edited woho hallo 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 scheißrunde Andi du bist echt du bist echt ein Stoß so alle scheiß ich hab mir gedacht wie kannst du das gegen heute zum Beispiel weil ich schläge aus aber das war schon gut ob er will ich auch schon muss ohne Scheiß die ohne Weg aber dass du mit deinem Scheiß noch wegschwern echt ja wirklich was hat doch gesagt ich habe die Kasse der Haft Knoppeck und der Hälfte das war so scheiße ne Tobi einfach immer rausgehen und das ging gar nicht mehr toll das ist sehr ja aber nicht die und die 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 aber auch die von der der von der die die das also wird man aber ein wir haben wir haben gefunden aber wir haben überhaupt keine Eisenrüstung wir haben nur ein Teil ja ich hab's gesehen du bist du mit Helm rum ich bin du hast ich kriege den ich kriege den ich kriege die auch immer der Mischung Kilometer weit weg danke aber das ganze ich hab komplett Tim Luca ausgeschaltet Alter das war meine Idee Tobi Nö Wutte Nö 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 ich hab überlebt Alter oh Gott Oh nein aber hab überlebt ich sehe mich bei jedem Mann 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 fällt immer runter ist so ne Scheiss Wicke Ich rufe Na gut ich würd sagen das war's vom Community Special von mir zumindest Ah, Adi, du Wichser! Aber das hat mich auch gewundert, dass ich überhaupt noch so lange gelebt habe. Ich bin da aufgesprungen, gell? Nein, nein, nein. Und dann hab ich nur noch ein halbes Herz gehabt, ein halbes Herz. Ach komm, ich... Ohne Scheiß. Es kann nicht sein, dass du aus der Schweißgrin schon wichser! Christoph! Wer? Ich hab noch eine Alp-Kot. Ein, ein Halb-Kot. Alter, alter, alter Pieke! Andi, ein halbes Herz. Woher kämmst du? Ist das aus der Schweiz oder aus Österreich oder woher? Aus Bayern. Herr, wir mögen noch... Wir mögen noch einen Hangge... So, also, dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal zum Community Special von mir, eurem Luca. Bis dann, tschüss! Tschüss! So, bis dann! Halt euch die Fresse! Tschüss! Tschüss! Bis dann! Tschüssi! Ciao, Papa!